Simon, drei Schlagwörter zum Spielverlauf aus deiner Sicht. Kämpfen, Teamspirit und gute Leistung. Mit welchen Maßgaben hast du die Mädels in dieses Spiel geschickt? Wir wollten gut stehen, defensiv, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, dass sie nicht komplett uns aus konnten und komplett Druck aufbauen können. Ich denke, das ist uns 50 Minuten ziemlich gut gelungen.